Heute war nicht nur Verkaufsstart vom neuen iPhone 8 und 8 Plus, sondern auch vom neuen Apple TV. Und zwar hat er jetzt den Namenszusatz 4K. Den Grund dafür kann man sich sicherlich denken. Wir packen das Gerät mal aus, schauen was in der Box drin ist und halten ihn auch einmal neben den Vorgänger, um einfach mal zu schauen, wo da so die Unterschiede liegen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Viel Spaß beim Video. Die Verpackung ist im typischen Apple-Stil gehalten. Das heißt, wir haben oben drauf erstmal eine große Produktabbildung. Umlaufend steht Apple TV 4K und auf der Rückseite gibt es jede Menge Infos zum Gerät. Hier sieht man auch, dass ich die 32 GB Version habe. Es gibt auch noch 64, aber so viel Speicher brauche ich nicht. Ich nutze das Teil sowieso hauptsächlich, um eben irgendwie Videomaterial zu streamen. Und dann machen wir das hier einfach mal auf. Und schauen mal, wie das hier unter dem Deckel aussieht. So, da haben wir also direkt das Apple TV und die Fernbedienung liegen. Also die beiden wichtigsten Bestandteile, die wir hier haben. Das nehmen wir auch schon mal direkt raus und stellen es einmal kurz hier zur Seite. Die Fernbedienung hat sich ein bisschen verändert, sehe ich hier gerade. Und zwar haben wir einfach nur einen weißen Kreis um den Menü-Button. Das war bei der alten Fernbedienung nicht. Bin ich mir zumindest ziemlich sicher. Fangen wir mal direkt aus. So, die Fernbedienung, wie wir das schon gewohnt sind, hier oben mit Touchpad. Eigentlich eine ziemlich coole Sache, gefällt mir gut. Hier ist ein Akku fest eingebaut. Den kann man hier unten per Lightning aufladen. Und der hält auch verdammt lange. Also ich habe ja den Vorgänger und ich glaube, ich habe die mittlerweile einmal aufladen müssen. Also das ist schon ziemlich cool, finde ich. Dann haben wir hier drin noch ein bisschen Papierkram. Genau. So. Also einfach Anleitung und ja. Ich glaube, doch tatsächlich. Es sind sogar Apple-Sticker dabei. Hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Ich dachte, beim Apple TV wären keine dabei. Aber ja, sind sie. Dann haben wir hier unten noch ein Lightning-Kabel zum Aufladen. Eigentlich Apple untypisch, oder? Also eigentlich hätten sie ja davon ausgehen können, dass man sowieso so ein Kabel hat. Spaß beiseite. Also auf jeden Fall gut, dass ein Kabel dabei ist. Und dann haben wir hier drin noch das Netzkabel. Genau. Der ist flach und so ein bisschen gummiert. Also ist auf jeden Fall ein schönes Kabel. Ansonsten haben wir hier nichts weiter in der Box. Und somit gehen wir direkt zum Apple TV über. Das ist natürlich hier nochmal eingepackt. Da unten haben wir wieder die typische Lasche. Und dann fällt die Folie im Grunde auch schon weg. Ja, so sieht das Gerät aus. Das kommt vielen von euch vermutlich bekannt vor. Wenn ich nämlich mal ganz kurz hier schon mal den Vorgänger reinhole, dann seht ihr, dass da überhaupt kein Unterschied ist. Aber das gucken wir uns dann gleich nochmal kurz an. Außenrum ist noch ein weiterer Schutz. Darunter ist nämlich eine Hochglanzfläche. Und ja, wenn ich die jetzt anfasse, also so wie ich es gerade tue, dann haben wir da gleich schon wieder die ganzen Fingerabdrücke drauf. Aber gut, auf jeden Fall hier der Look des neuen Apple TV. Genau wie beim Vorgänger. Ebenfalls hier wieder mit glänzenden Seitenteilen. Dann haben wir unten ein Apple Logo. Das ist ein bisschen gummiert für einen vernünftigen Stand. Lüftungsöffnungen. Und zu guter Letzt natürlich hier noch die Anschlüsse. Dieses Mal besonders minimalistisch. Wir haben hier wirklich nur Strom, HDMI und Ethernet. Also für ein LAN-Kabel. Das Ding hat zwar auch WLAN und Bluetooth eingebaut. Aber ansonsten keine weiteren Anschlüsse. Beim alten Modell, ich stelle es mal nochmal daneben, da hatten wir immerhin noch einen USB-Typ-C-Port hier oben. Das war, glaube ich, für die Entwickler sehr interessant. Für die normalen Nutzer eher weniger. Aber der wurde hier kurzerhand auch einfach mal eingespart. Die eigentliche Neuerung finden wir aber unter der Haube. Und zwar unterstützt das Gerät jetzt 4K, wie es ja der Name eben auch schon vorweg nimmt. Und außerdem haben wir HDR-Support, also High Dynamic Range, für ein besseres Kontrastverhältnis. Sodass insgesamt alles eben ein bisschen besser aussieht. Und dadurch, dass 4K unterstützt wird, macht das Gerät jetzt auch endlich für Leute, die einen 4K-Fernseher haben, so richtig Sinn. Was ich noch ganz cool finde, wenn ihr bei Apple selbst, also im iTunes-Store, in der Vergangenheit Filme oder Serien in HD gekauft habt, dann werden die automatisch auf die höhere 4K-Auflösung geupgradet, sofern diese Auflösung vorhanden ist bei den jeweiligen Filmen. Und außerdem entstehen auch keine Mehrkosten, wenn ihr jetzt hingeht und euch einen neuen Film oder eine neue Serie kauft. Das heißt, das, was vorher HD gekostet hat, kostet jetzt halt 4K. Meiner Meinung nach auf jeden Fall ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und im Endeffekt macht das Apple TV somit einfach nur für Leute Sinn, die entweder noch gar keins haben und sich jetzt eins anschaffen wollen, oder die halt einen 4K-Fernseher haben und da natürlich in den vollen Genuss der Bildqualität kommen wollen. Denn ansonsten kann das Teil hier nichts mehr als der Vorgänger. Es gibt bis auf den weggelassenen Port keine Unterschiede. Und ja, somit also ein sinnvolles Upgrade. Auf jeden Fall zeitgemäß, aber im Endeffekt auch nichts Spektakuläres. Also ja, erwartet euch nicht zu viel. Und damit würde ich sagen, beenden wir auch dieses kurze Unboxing- und Ersteindrucksvideo. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Gerät in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, Leute. Ciao.